Ich habe das immer gern getan, aber wahrscheinlich ist es eine Kombination aus Geschwindigkeit, aus dem Fahrgefühl und letztendlich, warum ich es dann so lange professionell gemacht habe, ist eigentlich, dass das Training so vielseitig war, dass es auch im Sommer sehr abwechslungsreich ist, aber es macht mir einfach Spaß, auch hat es mir immer Spaß gemacht, dass ich alle vier Disziplinen fahren konnte, also Slalom, Riesen, Slalom, Super G und Abfahrt und ich finde es einfach vielseitig und das war für mich immer eine große Herausforderung. Also, dass ich Patin bei Pisten Kids geworden bin, das liegt auf der Hand, weil ich natürlich den Skisport sehr gerne betreibe und an meine eigenen Kinder und aber auch an andere Kinder diese Faszination weitergeben möchte, das ist kurz und gut einfach der Grund und das mache ich sehr gerne mit voller Überzeugung. Ja, ich finde es einfach toll, wenn man den Kindern so früh wie sie mögen und wie es auch schon funktioniert von der Motorik zum Sport bringt, wenn sie Lust drauf haben und deswegen war das für mich natürlich auch ein Grund, weil meine Kinder selber auch schon mit zwei Jahren auf den Skiern standen und es doch sehr früh ist, aber es hat funktioniert und die hatten Spaß dran.